Wir befinden uns hier im Eingangsbereich einer sehr sehr großzügig geschnittenen Altbauwohnung mitten in der Innenstadt von Graz an der Spohrgasse. Wie man sieht, sind die Räume auch für Altbau extrem groß und die Raumhöhe wirklich außerordentlich. Die Wohnung verfügt über zwei Eingänge, wie Sie abschließend sehen werden. Wir sind jetzt im zweiten von den zwei wirklich sehr sehr großen Altbauräumen und kommen jetzt in den dritten und letzten Raum, der orientiert ist hinten in den Innenhof und daher sicher sehr sehr ruhig ist. Es gibt einen kleinen Abstellraum und wie Sie sehen, wird die Wohnung derzeit gerade zum Teil saniert. Die Küche wurde komplett erneuert, ist noch nicht ganz fertiggestellt, genauso wie Bad und WC. Jetzt zeige ich Ihnen noch den kleinen Balkon. Wie man sieht, schaut man Richtung Schlossberg und es ist wirklich ganz ganz ruhig da. Von der Küche aus sehen Sie auf der einen Seite das Badezimmer, wie man sieht, ist es noch nicht ganz fertig und auf der anderen Seite die Toilette, ebenfalls ganz ganz neu. Und jetzt gehen wir durch den zweiten Eingang, befinden uns wieder im Vorraum und hier sehen Sie den zweiten Eingang, durch den wir reingekommen sind. Die Sanierung muss demnächst abgeschlossen sein. Man kann die Wohnung natürlich schon besichtigen und demnächst beziehen. Man kann also nicht ausdessen sein.